Hi, willkommen zurück. Ja, in diesem Video werde ich mein allererstes Pferde-Schleich-Repaint zeigen. In dem letzten Video habe ich euch ja hier das vorgestellt. Und jetzt zeige ich euch mein Repaint. Ja Leute, so sieht der süße aus. Ich finde, er ist fürs erste Mal gut geworden. Und das hier mit dem braunen war eigentlich erstmal nicht extra, aber dann fand ich das süß und habe es gelassen. Und vielleicht wird der eine oder andere ihn auch irgendwo erkennen. Und zwar hat typisch Scarlett, meine Internet-Beste-Freundin, also allerbeste Internet-Freundin, ihn hier, den Tennessee Walker-Wallach, auch zu einem braunen gemacht und mit einer Blässe. Und ich habe hier noch so ein Abzeichen hingemacht, so, ja. Und es war schwer mit den Augen zwar, aber hat eigentlich funktioniert. Freut mich nicht, da habe ich noch gerade drüber gemalt, weil da noch eine schwarze Stelle war. Und hier ist weiße Acrylfarbe drauf gekommen, aber ist jetzt nicht schlimm, weil das ist ja nur am Huf. Ja Leute, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Achso, mit ihm hier kommt auch bald ein FMA und Namen möchte ich mir gerne selber überlegen. Und ja, er ist außerdem jetzt auch mein Lieblingsschleichi. Und ja, er ist ja auch mein Lieblingsschleichi.